Der Ring der Kraft, 14. Kapitel, die innere Wahl zweier Krieger. Don Juan weckte mich bei Anbruch der Dämmerung, erreichte mir eine mit Wasser gefüllte Kalibasse und einen Beutel Trockenfleisch. Schweigend gingen wir ein paar Meilen bis zu der Stelle, wo ich vor zwei Tagen mein Auto geparkt hatte. »Diese Reise ist unsere letzte gemeinsame Reise«, sagte er mit ruhiger Stimme, als wir den Weg erreichten. Es gab mir einen Stich im Magen, ich wusste, was er meinte. Während ich die Tür zum Beifahrersitz öffnete, lehnte er sich gegen den hinteren Kotflügel und blickte mich mit einem Gefühlsausdruck an, den er nie zuvor gezeigt hatte. Wir stiegen ein, aber bevor ich den Motor anließ, machte er einige dunkle Andeutungen, die ich ebenfalls mit völliger Klarheit verstand. Er sagte, wir müssten ein paar Minuten im Auto sitzen bleiben und noch einmal ein paar sehr persönliche und bittere Gefühle streifen. Ich saß ruhig da, aber mein Geist war rastlos. Ich wollte etwas zu ihm sagen, irgendetwas, das hauptsächlich mich besänftigen sollte. Vergeblich suchte ich nach den richtigen Worten, nach der Formel, die das eine ausdrücken könnte, das ich wusste, ohne dass es mir gesagt worden wäre. Don Juan sprach über einen kleinen Jungen, den ich einmal gekannt hatte, und darüber, wie mein Gefühl für ihn sich mit den Jahren oder über die Entfernung hin nicht verändert habe. Don Juan sagte, er sei sicher, dass mein Geist immer, wenn ich an den kleinen Jungen dachte, vor Freude hüpfte und ihm ohne eine Spur von Selbstmitleid oder Verzagtheit Glück wünschte. Ja, er erinnerte mich an eine Geschichte von einem kleinen Jungen, die ich ihm einmal erzählt hatte, eine Geschichte, die ihm sehr gefallen hatte und die, wie er fand, eine tiefere Bedeutung enthielt. Während einer Wanderung in den Bergen bei Los Angeles war der kleine Junge müde geworden und wollte nicht mehr laufen. Der kleine Junge jauchzte seinen Dank an die Sonne und an die Berge hinaus. Das war seine Art, dir lebewohl zu sagen, sagte Don Juan. Ich spürte meine Beklommenheit als Druck im Hals. Es gibt viele Arten, lebewohl zu sagen, sagte er. Die beste ist vielleicht, sich eine bestimmte Erinnerung der Freude zu bewahren. Wenn du zum Beispiel lebst wie ein Krieger, dann wird die warme Herzlichkeit, die du empfindest, als der kleine Junge auf deinen Schultern ritt, frisch und scharf sein, solange du lebst. Dies ist die Art des Kriegers, lebewohl zu sagen. Rasch ließ ich den Motor an und fuhr schneller als gewöhnlich über den festen, steinigen Boden, bis wir die Sandstraße erreichten. Wir fuhren ein kurzes Stück und dann wanderten wir den Rest des Tages zu Fuß. Nach etwa einer Stunde erreichten wir eine Gruppe von Bäumen. Dort warteten Don Gennaro, Pablito und Nestor auf uns. Ich begrüßte sie. Alle schienen sie so glücklich und energiegeladen. Als ich sie und Don Juan ansah, überkam ich ein tiefes Mitgefühl für sie alle. Don Gennaro umarmte mich und klopfte mir liebevoll den Rücken. Er sagte zu Nestor und Pablito, ich hätte eine gute Leistung vollbracht, als ich zum Grund der Schlucht hinabgesprungen war. Die Hand noch immer auf meiner Schulter sprach er mit lauter Stimme zu ihnen. Ja, meine Herren, sagte er und sah sie an. Ich bin sein Wohltäter und ich weiß, was das für eine Leistung war. Das war die Krönung von Jahren des Lebens als Krieger. Er wandte sich zu mir und legte auch die andere Hand auf meine Schulter. Seine Augen leuchteten voller Frieden. Sonst weiß ich dir nichts zu sagen, Carlitos, sagte er, wobei er die Worte bedächtig aussprach. Außer, dass du eine erstaunliche Menge Scheißdreck im Gedärm hattest. Und damit brüllten er und Don Juan verlachenlos, bis sie fast umfielen. Pablito und Nestor kicherten nervös und wussten nicht recht, was tun. Als Don Juan und Don Gennaro sich beruhigt hatten, sagte Pablito zu mir, er sei sich seiner Fähigkeit, allein in das Unbekannte zu gehen, nicht recht sicher. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, wie ich es machen soll, sagte er. Gennaro sagt, man braucht nichts anderes als Makellosigkeit. Was meinst du? Ich sagte ihm, ich wisse noch weniger als er. Nestor seufzte und wirkte echt besorgt. Nervös bewegt er Hände und Mund, als sei er im Begriff etwas Wichtiges zu sagen und wisse nicht wie. Gennaro sagt, ihr zwei werdet es schaffen, sagte er schließlich. Don Gennaro gab mit der Hand das Zeichen zum Aufbruch. Er und Don Juan gingen nebeneinander einige Meter vor uns. Fast den ganzen Tag folgten wir dem gleichen Bergpfad. Wir gingen in völligem Schweigen und machten kein einziges Mal Halt. Jeder von uns hatte einen Vorrat an Trockenfleisch und eine Kalebasse mit Wasser und es war ausgemacht, dass wir im Gehen essen würden. Irgendwann erweiterte der Pfad sich nachgerade zu einer Straße. Sie führte im Bogen um einen Berghang und plötzlich öffnete sich vor uns der Ausblick in ein Tal. Es war ein atemberaubender Anblick, ein lang gestrecktes, grünes Tal, das im Sonnenlicht erstrahlte. Darüber standen zwei wunderbare Regenbogen und hier und da hingen Regenschleier über den Bergen im Umkreis. Don Juan blieb stehen und wies Don Gennaro mit einer Kopfbewegung auf irgendetwas drunten im Tal hin. Don Gennaro schüttelte den Kopf. Es war weder eine bejahende noch eine verneinende Geste. Eher war es ein Ruck mit dem Kopf. Beide standen reglos da und spähten lange ins Tal hinunter. An dieser Stelle verließen wir die Straße und nahmen, wie es schien, eine Abkürzung. Wir stiegen über einen schmaleren, gefährlicheren Pfad hinab, der zum nördlichen Ende des Tales führte. Als wir die Ebene erreichten, war es hoher Nachmittag. Ein starker Duft von Flussweiden und feuchter Erde umfing mich. Einen Moment war der Regen wie ein leises, grünes Raunen in den Bäumen zu meiner Linken. Dann war er nur noch ein Beben im Schilf. Ich hörte einen Bach plätschern. Ich blieb einen Augenblick stehen, um zu lauschen. Ich schaute zu den Baumwipfeln hinauf. Die hohen Zirruswölkchen am westlichen Horizont sahen aus, wie über den Himmel verstreute Waddebäusche. Ich stand da und betrachtete die Wolken, bis die anderen einen ziemlichen Vorsprung gewonnen hatten. Ich lief ihnen nach. Don Juan und Don Gennaro blieben stehen und drehten sich wie auf Verabredung um. Sie rollten die Augen und richteten dann so gleichzeitig und präzise den Blick auf mich, dass sie ein und derselbe Mann zu sein schienen. Es war ein kurzer, ungeheuerlicher Blick, der mir ein Frösteln über den Rücken jagte. Dann lachte Don Gennaro und meinte, ich liefe plumpsen daher wie ein 300 Pfund schwerer, plattfüßiger Mexikaner. Warum ausgerechnet ein Mexikaner? fragte Don Juan. Ein plattfüßiger, 300 Pfund schwerer Indianer rennt nicht, sagte Don Gennaro in erklärendem Ton. Ach, sagte Don Juan, als hätte Don Gennaro wirklich etwas Bedeutendes erklärt. Wir durchquerten das saftig grüne Tal und stiegen die Berge im Osten hinan. Am Spätnachmittag machten wir schließlich auf einer flachen, karstigen Mesa einem Tafelberghalt, von der aus man das Hochtal im Süden erblickte. Die Vegetation hatte sich merklich verändert. Rings umher standen zerklüftete Berge, das Land im Tal und an den Bergflanken war parzelliert und bebaut und doch machte die ganze Szene den Eindruck unfruchtbarer Ödnis. Die Sonne stand bereits niedrig am südwestlichen Horizont. Don Juan und Don Gennaro winkten uns zum nördlichen Abbruch der Mesa heran. Der Ausblick von dort war erhaben. Nach Norden erstreckten sich endlos Täler und Berge und nach Westen türmten sich hohe Sierras auf. Das Sonnenlicht, das sich auf den fernen Bergen im Norden brach, färbte sich Orangefarben, ganz wie die Farbe der Wolkenbänke über dem Westen. Das Bild wirkte trotz seiner Schönheit traurig und einsam. Don Juan reichte mir mein Schreibzeug, aber ich war nicht aufgelegt, mir Notizen zu machen. Wir setzten uns im Halbkreis, wobei Don Juan und Don Gennaro Außenplatz nahmen. Schreibend hast du den Weg des Wissens betreten und genau so wirst du ihn vollenden, sagte Don Juan. Alle dringten sie mich zu schreiben, als ob es wichtig sei, dass ich schrieb. Du stehst jetzt genau am Rande, Carlitos, sagte Gennaro plötzlich. Du und Pablito, ihr beide. Seine Stimme war sanft, ohne den üblichen scherzenden Tonfall klang sie freundlich und besorgt. Andere Krieger, die in das Unbekannte aufbrachen, sind genau an dieser Stelle gestanden, fuhr er fort. Sie alle wünschen euch sehr viel Glück. Ich spürte eine Wellenbewegung in der Luft um mich her, als ob diese aus halbwegs fester Materie wäre und etwas sie in Bewegung versetzt hätte. Auch wir alle wünschen euch beiden Glück, sagte er. Nestor umarmte Pablito und mich und setzte sich dann in einigen Abstand von uns. Wir haben noch etwas Zeit, sagte Don Juan und sah zum Himmel. Und dann, an Nestor gewandt, fragte er, was sollten wir in der Zwischenzeit tun? Wir sollten lachen und uns vergnügen, antwortete Nestor gut gelaunt. Ich sagte Don Juan, dass ich mich fürchtete vor dem, was mich erwartete, und dass ich ganz sicher sei, in all dies hineingetrickst worden zu sein. Ich, der ich mir nicht hätte träumen lassen, dass es Situationen wie diese gäbe, die Pablito und ich jetzt erlebten. Ich sagte, irgendetwas Furchtbares habe von mir Besitz ergriffen und mich nach und nach immer weiter geschoben, bis ich jetzt etwas gewertigte, das vielleicht schlimmer als der Tod sei. Du beklagst dich, sagte Don Juan trocken. Du tust dir selbst leid, bis zur letzten Minute. Alle lachten. Er hatte recht. Was für ein unüberwindlicher Zwang. Und ich glaubte, ich hätte ihn schon aus meinem Leben verbannt. Ich bat sie alle, meine Idiotie zu verzeihen. Entschuldige dich nicht, sagte Don Juan zu mir. Entschuldigungen sind Unfug. Was wirklich zählt, ist, dass man an diesem einzigartigen Ort der Kraft ein makelloser Krieger ist. Dieser Ort hat die besten Krieger beherbergt. Sei ebenso gut, wie sie es waren. Dann sprach er zu Pablito und mir. Ihr wisst bereits, dass dies die letzte Aufgabe ist, bei der wir zusammen sein werden, sagte er. Ihr werdet allein durch die Stärke eurer persönlichen Kraft in das Nagual und das Tonal eintreten. Gennaro und ich sind nur hier, um euch lebewohl zu sagen. Die Kraft hat beschlossen, dass Nestor nur als Zeuge dabei sein soll. So sei es. Dies wird euer letzter Scheideweg sein, bis zu dem Gennaro und ich euch begleitet haben. Sobald ihr aus eigenem Antrieb in das Unbekannte eingetreten seid, könnt ihr euch nicht mehr darauf verlassen, dass wir euch zurückholen. Darum ist eine Entscheidung geboten. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr zurückkehren wollt oder nicht. Wir vertrauen darauf, dass ihr beide stark genug seid, um zurückzukehren, falls ihr dies beschließt. Gestern Abend wart ihr ohne weiteres fähig, vereint oder jeder einzeln, den Verbündeten abzuschütteln, der euch sonst zermalmt hätte. Dies war ein Test eurer Stärke. Ich muss auch hinzufügen, dass nur wenige Krieger die Begegnung mit dem Unbekannten überstehen, die euch bevorsteht. Nicht so sehr, weil sie schwer wäre, sondern weil das Nagual über alle Maßen verlockend ist und Krieger, die zu ihm aufbrechen, halten die Rückkehr ins Tonal oder in die Welt der Ordnung, des Lärms und des Lebens für eine wenig erstrebenswerte Aussicht. Die Entscheidung zu bleiben oder zurückzukehren wird durch etwas in uns gefällt, das weder unsere Vernunft noch unser Wunsch ist, sondern unser Wille. Und daher ist es unmöglich, das Ergebnis im Voraus zu wissen. Falls ihr euch entscheidet, nicht zurückzukehren, dann werdet ihr verschwinden, als hätte die Erde euch verschluckt. Aber wenn ihr euch entscheidet, zu dieser Erde zurückzukehren, dann müsst ihr wie wahrhaftige Krieger warten, bis eure besonderen Aufgaben abgeschlossen sind. Sobald sie abgeschlossen sind, sei es Erfolg oder Niederlage, werdet ihr die Herrschaft über die Ganzheit eures Selbst haben. Don Juan machte eine kurze Pause. Don Gennaro sah mich an und blinzelte. Carlitos will wissen, was es heißt, die Herrschaft über die Ganzheit eures Selbst zu haben, sagte er und alle lachten. Er hatte recht. Unter anderen Umständen hätte ich danach gefragt. Diese Situation jedoch war zu feierlich für Fragen. Es bedeutet, dass der Krieger endlich die Kraft gefunden hat, sagte Don Juan. Niemand kann sagen, was der einzelne Krieger damit anfangen wird. Vielleicht werdet ihr beide friedlich und unbemerkt über das Antlitz der Erde wandeln. Vielleicht werdet ihr euch als hasserfüllte Menschen erweisen oder vielleicht berüchtigt sein oder wer weiß. All dies hängt von der Makellosigkeit und der Freiheit eures Geistes ab. Das Wichtigste aber ist eure Aufgabe. Diese ist das Vermächtnis, das ein Lehrer und ein Wohltäter ihren Lehrlingen mitgeben. Ich bete darum, dass es euch beiden gelingen möge, eure Aufgaben zu einem Höhepunkt zu führen. Das Warten auf die Erfüllung ist ein ganz besonderes Warten, sagte Gennaro ganz plötzlich. Und ich will euch die Geschichte einer Gruppe von Kriegern erzählen, die vor Zeiten in den Bergen lebten, irgendwo in dieser Richtung. Er deutete nachlässig nach Osten, aber dann, nach kurzen Zögern, schiene es sich anders zu überlegen, stand auf und wies auf die fernen Berge im Norden. Nein, sie wohnten in dieser Richtung, sagte er und sah mich an und lächelte mit gelehrsamer Miene. Genau 135 Kilometer von hier. Don Gennaro imitierte mich offenbar. Sein Mund und seine Stirn waren angespannt, die Hände drückte er fest gegen die Brust, als halte er irgendeinen imaginären Gegenstand, vielleicht ein Notizbuch. So verharrte er in einer höchst lächerlichen Pose. Ich sagte, ich hätte einmal einen deutschen Gelehrten getroffen, einen Sinologen, der genauso aussah. Der Gedanke, dass ich all die Zeit unbewusst die Grimassen eines deutschen Sinologen imitiert haben könnte, belustigte mich sehr. Ich lachte für mich hin. Dies war ein Spaß, der nur mir zu gelten schien. Don Gennaro setzte sich wieder und fuhr mit seiner Geschichte fort. Immer, wenn ein Mitglied dieser Gruppe von Kriegern im Verdacht stand, eine Handlung begangen zu haben, die gegen ihre Gesetze verstieß, lag die Entscheidung über sein Schicksal in den Händen aller. Der Schuldige musste seine Gründe für seine Tat erklären. Seine Kameraden mussten ihm zuhören und dann gingen sie entweder auseinander, weil seine Gründe sie überzeugt hatten, oder sie stellten sich mit ihren Waffen am Abhang eines flachen Berges auf. Ganz ähnlich wie dieser Berg, auf dem wir hier sitzen. Bereit, sein Todesurteil zu verstrecken. Weil sie seine Gründe als unannehmbar erachteten. In diesem Fall musste der verurteilte Krieger seinen alten Kameraden Lebewohl sagen und seine Exekution begann. Don Gennaro sah mich und Pablito an, als warte er auf ein Zeichen von uns. Dann wandte er sich an Nestor. Vielleicht kann der Zeuge uns sagen, was diese Geschichte mit den beiden hier zu tun hat, sagte er zu Nestor. Nestor lächelte schüchtern und schien eine Weile in tiefes Nachdenken zu versinken. Der Zeuge hat keine Ahnung, sagte er und brach in ein nervöses Kichern aus. Don Gennaro forderte uns alle auf, uns zu erheben und mit ihm zu kommen, um über die westliche Kante der Mesa hinabzublicken. Dort erstreckte sich ein leicht geneigter Hang bis ins Tal hinab und daran schloss sich ein schmaler, flacher Landstreifen an und endete in einem Graben, der ein natürlicher Abfluss für das Regenwasser zu sein schien. Genau dort, wo der Wassergraben ist, stand in den Bergen, von denen ich die Geschichte erzähle, eine Baumreihe, sagte er. Jenseits erstreckte sich ein dichter Wald. Nachdem der verurteilte Krieger sich von seinen Kameraden verabschiedet hatte, musste er über den Hang hinunter zu den Bäumen gehen. Seine Kameraden brachten ihre Waffen in Anschlag und zielten auf ihn. Falls keiner von ihnen schoss oder falls der Krieger seine Verletzung überlebte und den Waldrent erreichte, war er frei. Wir gingen zurück zu der Stelle, wo wir gesessen hatten. Und was nun, Zeuge? fragte er Nestor. Kannst du es sagen? Nestor war ein Ausbruch von Nervosität. Er nahm den Hut ab und kratzte sich am Kopf. Dann barg er sein Gesicht in den Händen. Wie kann der arme Zeuge das wissen? antwortete er schließlich und herausfordernd und fiel in unser aller Lachen ein. Man sagt, dass es Männer gab, die unverletzt davon kamen, fuhr Don Gennaro fort. Nehmen wir an, ihre persönliche Kraft tat ihre Wirkung auf die Kameraden. Eine Welle erfasste sie und während sie auf ihn zielten und keiner wagte es, seine Waffe zu gebrauchen. Oder vielleicht erfüllte seine Tapferkeit sie mit Ehrfurcht und sie konnten ihm nichts antun. Don Gennaro sah mich an und dann Pablito. Es galt auch eine besondere Regel für diesen Gang zum Waldrand hinab, fuhr er fort. Der Krieger musste ruhig und gleichmütig gehen. Sein Schritt musste sicher und fest sein, sein Blick friedlich geradeaus. Er musste hinabgehen, ohne zu stolpern, ohne sich umzusehen und vor allem ohne zu rennen. Don Gennaro hielt inne. Pablito pflichtete ihm kopfnickend bei. Falls ihr beide euch entscheidet, zu dieser Erde zurückzukehren, sagte er, werdet ihr warten müssen, wie wahre Krieger, bis eure Aufgaben erfüllt sind. Dieses Warten ist ganz ähnlich wie der Gang des Kriegers in dieser Geschichte. Ihr seht, die menschliche Zeit des Kriegers war abgelaufen und eure auch. Der einzige Unterschied ist, wer auf euch zielt. Die auf den Krieger zielten, das waren seine Kriegerkameraden. Aber was auf euch beide zielt, das ist das Unbekannte. Eure einzige Chance ist eure Makellosigkeit. Ihr müsst warten, ohne euch umzusehen. Ihr müsst warten, ohne Belohnung zu erwarten. Und ihr müsst all eure persönliche Kraft auf die Erfüllung eurer Aufgabe wenden. Wenn ihr nicht makellos handelt, wenn ihr euch auflehnt und anfangt, ungeduldig zu werden und zu verzweifeln, dann werdet ihr von den Scharfschützen aus dem Unbekannten erbarmungslos niedergemacht. Wenn hingegen eure Makellosigkeit und eure persönliche Kraft dazu angetan sind, dass ihr eure Aufgaben erfüllen könnt, werdet ihr das Versprechen der Kraft gewinnen. Und was ist dieses Versprechen, werdet ihr fragen. Es ist ein Versprechen, das die Kraft den Menschen als leuchtenden Wesen gibt. Jeder Krieger hat ein anderes Schicksal. Deshalb ist es unmöglich zu sagen, was dieses Versprechen für jeden von euch sein wird. Die Sonne stand im Begriff unterzugehen. Die helle, orangefarbene Färbung der fernen Berge im Norden war dunkler geworden. Die Szene vermittelte mir den Einblick einer windgepeitschten, verlassenen Welt. Ihr habt gelernt, dass es das Rückgrat eines Kriegers ist, bescheiden und tüchtig zu sein, sagte Don Gennaro, und seine Stimme ließ mich auffahren. Ihr habt gelernt, zu handeln, ohne etwas dafür zu erwarten. Jetzt sage ich euch, dass ihr, um das, was jenseits dieses Tages vor euch liegt, zu überstehen, eure letzte Geduld brauchen werdet. Ich empfand einen Schock in der Magengegend. Pablito fing unmerklich an zu zittern. Ein Krieger muss immer bereit sein, sagte er. Es ist das Geschick von uns allen, wie wir hier sind, zu wissen, dass wir Gefangene der Kraft sind. Niemand weiß, warum ausgerechnet wir, aber das ist ein großes Glück. Don Gennaro hörte auf zu sprechen und senkte den Kopf, als sei er erschöpft. Dies war das erste Mal, dass ich ihn mit solchem Ernst hatte sprechen hören. Hier nun ist es geboten, dass ein Krieger allen Anwesenden Lebewohl sagt. Und auch allen, die er zurücklässt, sagte Don Juan plötzlich. Dies muss er in seinen eigenen Worten tun und laut, damit seine Stimme auf ewig hier an diesem Ort der Kraft bleibe. Don Juan's Stimme tat noch eine weitere Dimension meines augenblicklichen Gemütszustandes auf. Unser Gespräch vorhin im Auto wurde mir noch eindringlicher. Wie recht hatte er, als er sagte, dass die Heiterkeit des Bildes um uns her nur eine Luftspiegelung sei und dass die Erklärung der Zauberer einem einen Schlag versetze, den niemand parieren könne. Ich hatte die Erklärung der Zauberer vernommen und ich hatte ihre Prämissen selbst erlebt. Und da war ich nun nackter und hilfloser denn je in meinem ganzen Leben. Nichts, was ich je getan hatte, nichts, was ich mir je vorgestellt hätte, war vergleichbar mit dem Schmerz und der Einsamkeit dieses Augenblicks. Die Erklärung der Zauberer hatte mich sogar meiner Vernunft beraubt. Don Juan hatte recht, wenn er sagte, ein Krieger könne nicht Leid und Kummer vermeiden, sondern nur, sich ihnen hinzugeben. In diesem Augenblick war meine Traurigkeit unbezähmbar. Ich konnte nicht aufstehen und denen Lebewohl sagen, die die Wendungen meines Schicksals mit mir geteilt hatten. Ich erzählte Don Juan und Don Gennaro, dass ich mit jemandem einen Pakt geschlossen hätte, gemeinsam zu sterben und dass meine Seele es nicht ertragen könne, allein zu scheiden. Wir alle sind allein, Kalitos, sagte Don Gennaro sanft. Das ist unser menschlicher Zustand. Der Schmerz meiner Liebe zum Leben und zu dem mir nahen Menschen presste mir die Kehle zu. Ich weigerte mich, ihnen Lebewohl zu sagen. Wir sind allein, sagte Don Juan, aber allein sterben heißt nicht in Einsamkeit sterben. Seine Stimme klang gedämpft und trocken, fast wie ein Husten. Pablito weinte leise. Dann stand er auf und sprach. Es war keine Ansprache und auch kein Bekenntnis. Mit klarer Stimme dankte er Don Gennaro und Don Juan für ihre Freundlichkeit. Er wandte sich an Nestor und dankte ihm, dass er ihm Gelegenheit gegeben hatte, sich seiner anzunehmen. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Wie wunderbar war es, in dieser schönen Welt zu sein, in dieser wunderbaren Zeit, rief er und seufzte. Seine Stimmung überwältigte mich. Falls ich nicht wiederkehre, dann bitte ich dich, als eine letzte Gunst, denen zu helfen, die ihr Schicksal mit mir teilten, sagte er zu Don Gennaro. Dann wandte er sich nach Westen, in die Richtung seines Zuhauses. Sein schlanker Körper verkrampfte sich unter Tränen. Mit ausgestreckten Armen, als ob er liefe, jemand zu umarmen, rannte er zum Rand der Mesa. Seine Lippen bewegten sich, er schien leise zu sprechen. Ich wandte mich ab. Ich wollte nicht hören, was Pablito sagte. Er kam zurück, wo wir saßen, fiel neben mir zu Boden und senkte den Kopf. Ich war unfähig, etwas zu sagen. Dann aber schien eine Kraft von außen die Oberhand zu gewinnen, die mich aufstehen ließ, und ich äußerte meinen Dank und meine Trauer. Wieder waren wir still. Der Nordwind rauschte leise und blies mir ins Gesicht. Don Juan sah mich an. Nie hatte ich so viel Freundlichkeit in seinen Augen gesehen. Er sagte mir, dass ein Krieger lebe Wohlsage, indem er all denen danke, die Freundschaft und Sorge für ihn empfinden, und dass ich nicht nur ihnen meine Dankbarkeit aussprechen müsse, sondern auch all denen, die für mich gesorgt und mir auf meinem Weg geholfen hätten. Ich wandte mich nach Nordwesten, in die Richtung von Los Angeles, und alle Sentimentalität meiner Seele floss aus mir heraus. Welch eine reinigende Befreiung war es, meinen Dank auszusprechen. Ich setzte mich wieder. Niemand schaute mich an. Ein Krieger erkennt seinen Schmerz an, aber er lässt sich nicht in ihm gehen, sagte Don Juan. Die Stimmung eines Kriegers, der in das Unbekannte eintritt, ist daher nicht Traurigkeit. Im Gegenteil, er ist fröhlich, weil er sich durch sein großes Glück begnadet fühlt, weil er darauf vertraut, dass sein Geist makellos ist und vor allem, weil er sich seiner Tüchtigkeit bewusst ist. Die Fröhlichkeit eines Kriegers rührt daher, dass er sein Schicksal akzeptiert hat und weil er sich aufrichtig auf das vorbereitet hat, was vor ihm liegt. Nun entstand eine lange Pause. Meine Traurigkeit erreichte den höchsten Punkt. Ich wollte irgendetwas tun, nur mich von dieser Beklemmung zu befreien. Zeuge, bitte betätige deinen Geistfänger, sagte Don Gennaro zu Nestor. Ich hörte das laute, lächerliche Geräusch von Nestors Apparat. Pablito wurde fast hysterisch verlachen und ähnlich erging es Don Juan und Don Gennaro. Ich bemerkte einen sonderbaren Geruch und dann wurde mir klar, dass Nestor gefurzt hatte. Das wahnsinnig Komische daran war, sein völlig ernster Gesichtsausdruck. Er hatte nicht zum Spaß gefurzt, sondern weil er seinen Geistfänger nicht bei sich hatte. Er hatte versucht, behilflich zu sein, so gut er eben konnte. Alle lachten ausgelassen. Welch eine Fähigkeit hatten sie doch, sich aus den erhabensten Situationen in die alleralbernste zu versetzen. Plötzlich sprach Pablito mich an. Er wollte wissen, ob ich ein Dichter sei. Aber noch bevor ich auf seine Frage antworten konnte, reimte Don Gennaro. »Karlitos, der ist allerhand. Halb ist der Dichter, halb Depp und ignorant.« Wieder platzten alle Verlachen. »Na, das ist eine bessere Stimmung«, sagte Don Juan. »Und jetzt, bevor Gennaro und ich euch lebewohl sagen, dürft ihr zwei alle sagen, was euch gefällt. Es könnte das letzte Mal sein, dass ihr ein Wort sagt. Jemals.« Pablito schüttelte verneinend den Kopf, aber ich hatte etwas zu sagen. Ich wollte meine Bewunderung, meine Ehrfurcht vor der hervorragenden Gesinnung von Don Juan und Don Gennaros Kriegergeist zum Ausdruck bringen. Ich verhedderte mich mit meinen Worten und sagte schließlich gar nichts. Oder noch schlimmer, es klang am Ende, als ob ich mich wieder beklagte. Don Juan schüttelte den Kopf und schmatzte in gespielter Missbilligung mit den Lippen. Ich musste unwillkürlich lachen. Es machte mir nichts aus, dass ich meine Chance vertan hatte, ihnen meine Bewunderung auszudrücken, denn auf einmal ergriff ein ganz eigenartiges Gefühl von mir Besitz. Ich empfand Heiterkeit und Freude, ein köstliches Freiheitsgefühl, das mich zum Lachen brachte. Ich sagte Don Juan und Don Gennaro, dass es mir ganz egal sei, wie meine Begegnung mit dem Unbekannten ausgehen werde, dass ich mich glücklich und vollkommen fühlte und dass es mir im Augenblick nichts ausmachte, ob ich lebte oder sterben würde. Don Juan und Don Gennaro schienen sich über meine Behauptung fast noch mehr zu freuen als ich selbst. Don Juan schlug sich lachend auf die Schenkel. Don Gennaro warf seinen Hut auf den Boden und stieß einen Schrei aus, als ob er auf einem wilden Pferd ritte. Wir haben uns vergnügt und gelacht, während wir warteten, genau wie der Zeuge es empfohlen hat, sagte Don Gennaro ganz plötzlich. Aber es ist eine natürliche Ordnung, dass auch dies ein Ende hat, erblickte zum Himmel. Es ist beinahe Zeit, dass wir auseinander gehen wie diese Krieger in der Geschichte, sagte er. Aber bevor wir unsere getrennten Wege gehen, muss ich euch ein Letztes sagen. Ich werde euch ein Geheimnis des Kriegers enthüllen. Vielleicht kann man es eine innere Wahl des Kriegers nennen. Er wandte sich besonders an mich und meinte, ich hätte ihm einmal gesagt, dass das Leben eines Kriegers kalt und einsam und leer an Gefühlen sei. Und er fügte hinzu, dass ich wohl auch in diesem Augenblick davon überzeugt sei. Das Leben eines Kriegers kann unmöglich kalt und einsam und gefühlsleer sein, sagte er. Denn es gründet sich auf seine Liebe, seine Hingabe, seine Verehrung für seine Geliebte. Und wer, wirst du fragen, ist seine Geliebte? Ich werde sie dir jetzt zeigen. Don Gennaro stand auf und ging langsam zu einer vollkommen ebenen Stelle, drei, vier Meter vor uns. Dort machte er eine merkwürdige Gebärde. Er bewegte seine Hände, als ob er starb von seiner Brust und seinem Bauch fägte. Dann geschah etwas Seltsames. Ein Blitz von beinahe unwahrnehmbarem Licht durchzuckte ihn. Er kam aus dem Boden und schien seinen ganzen Körper zu entzünden. Er machte so etwas wie einen Salto rückwärts oder, genauer gesagt, einen Kopfsprung und landete auf Brust und Armen. Diese Bewegung führte er mit solcher Präzision und Geschicklichkeit aus, dass er mir wie ein gewichtsloses Wesen erschien, ein wurmartiges Geschöpf, das ich um sich selbst gedreht hatte. Am Boden führte er dann eine Reihe übernatürlicher Bewegungen aus. Er schwebte ein paar Zentimeter über dem Boden oder er rollte wie auf Kugellagern oder er schwamm darüber hin, wobei er Kreise beschrieb und sich mit der Schnelligkeit und Beweglichkeit eines Aales im Meer wand. Irgendwann fingen meine Augen an zu schielen und dann sah ich ohne Übergang eine leuchtende Kugel wie über die Fläche eines Ace Parkettes hin- und hergleiten, auf der tausende Lichter glitzerten. Es war ein erhabener Anblick. Dann blieb die Feuerkugel stehen und verharrte reglos. Eine Stimme schreckte mich auf und lenkte meine Aufmerksamkeit ab. Es war Don Juan, der sprach. Zuerst konnte ich nicht unterscheiden, was er sagte. Ich schaute wieder zu der Feuerkugel hin. Ich entdeckte nur Don Gennaro, der mit ausgebreiteten Armen und Beinen am Boden lag. Don Juans Stimme war sehr klar. Sie schien eine Reaktion in mir auszulösen und ich fing an zu schreiben. Gennaros Liebe ist die Welt, sagte er. Ja, jetzt eben hat er diese gewaltige Erde umarmt, aber da er so winzig ist, kann er nur in ihr schwimmen. Aber die Erde weiß, dass Gennaro sie liebt und sie schenkt ihm ihre Fürsorge. Deshalb ist Gennaros Leben bis zum Rand erfüllt und sein Dasein, wie immer es sein mag, ist Überfluss. Gennaro wandert auf den Pfaden seiner Liebe und wo immer er ist, da ist er ganz und gar. Don Juan hockte sich vor uns. Zärtlich streichelte er den Boden. Dies ist die innere Wahl zweier Krieger, sagte er. Diese Erde, diese Welt, für einen Krieger kann es keine größere Liebe geben. Don Gennaro stand auf und hockte sich für einen Augenblick lang neben Don Juan. Währenddessen sie uns fest in die Augen blickten und dann setzten sie sich gleichzeitig mit untergeschlagenen Beinen hin. Nur wenn man diese Erde mit unerschütterlicher Leidenschaft liebt, kann man sich von seiner Traurigkeit befreien, sagte Don Juan. Ein Krieger ist immer fröhlich, weil seine Liebe unwandelbar ist und weil seine Geliebte, die Erde, ihn umarmt und ihn mit unvorstellbaren Gaben beschenkt. Die Traurigkeit ist nur bei denen, die gerade das hassen, was ihrem Dasein Obdach gibt. Wieder streichelte Don Juan den Boden voller Zärtlichkeit. Dieses liebliche Wesen, das bis in den letzten Winkel lebendig ist und jedes Gefühl versteht, besänftigte mich. Es heilte mich von meinem Schmerz und schließlich, als ich meine Liebe zu ihm ganz begriffen hatte, lehrte es mich Freiheit. Er machte eine Pause, die Stille um uns war furchterregend, der Wind rauschte leise und dann hörte ich das ferne Bellen eines einsamen Hundes. Horcht auf dieses Bellen, fuhr Don Juan fort. Auf diese Weise will meine geliebte Erde mir helfen, euch noch dieses Letzte nahe zu bringen. Dieses Bellen ist das Traurigste, was man hören kann. Wir schwiegen eine Weile. Das Bellen jenes einsamen Hundes war so traurig und die Stimmung um uns her so intensiv, dass mich ein betäubender Schmerz befiel. Ich musste an mein eigenes Leben denken, meine Traurigkeit, mein Nichtwissen, wohin, was tun. Das Bellen des Hundes ist die nächtliche Stimme eines Menschen, sagte Don Juan. Sie kommt aus einem Haus in diesem Tal gen Süden. Ein Mann schreit durch seinen Hund, denn sie sind als Sklaven, Gefährten fürs Leben, seine Traurigkeit, seine Langeweile hinaus. Er fläht seinen Tod an, zu kommen und ihn von den stumpfsinnigen, trostlosen Ketten seines Lebens zu befreien. Don Juans Worte hatten einen schmerzenden Nerv in mir getroffen. Ich spürte, dass er direkt zu mir sprach. Dieses Bellen und die Einsamkeit, die es erzeugt, all das spricht von den Gefühlen der Menschen, fuhr er fort. Der Menschen, für die das ganze Leben war wie ein gewisser Sonntagnachmittag. Ein Nachmittag, der nicht gerade erbärmlich, aber heiß und stumpfsinnig und bedrückend war. Sie schwitzten und machten eine Menge Wirbel. Sie wussten nicht, wohin sie gehen, was sie tun sollten. Dieser Nachmittag hinterließ ihnen nur die Erinnerung an kleine Ärgernisse und Langeweile. Und dann, plötzlich, war er vorbei. Schon war es Abend geworden. Ja, er erzählte eine Geschichte wieder, die ich ihm einmal berichtet hatte, von einem 72-jährigen Mann, der sich beklagte, Sein Leben sei so kurz gewesen, dass er meinte, es sei erst gestern gewesen, als er ein kleiner Junge war. Er hatte mir gesagt, ich erinnere mich noch an den Pyjama, den ich mit zehn Jahren trug. Es scheint erst einen Tag her. Wo bloß ist die Zeit geblieben? Und hier ist das Gegengift, das dieses Gift austreibt, sagte Don Juan und liebkoste den Boden. Die Erklärung der Zauberer kann den Geist überhaupt nicht befreien. Schaut euch an, ihr beide. Ihr habt die Erklärung der Zauberer vernommen, aber, dass ihr sie jetzt wisst, ändert gar nichts. Ihr seid mehr allein denn je, denn ohne eine unerschütterliche Liebe zu dem Wesen, das euch Schutz bietet, ist das Alleinsein Einsamkeit. Nur die Liebe zu diesem strahlenden Wesen kann den Geist eines Kriegers Freiheit geben. Und Freiheit ist Freude, Tüchtigkeit und Unerschrockenheit im Angesicht von Widrigkeiten. Dies ist die letzte Lektion. Sie wird stets für den allerletzten Augenblick aufbewahrt, für den Moment der äußersten Einsamkeit, da ein Mann seinem Tod, seinem Alleinsein gegenüber tritt. Erst dann versteht er. Don Juan und Don Gennaro standen auf, regten die Arme und krümmten den Rücken, als ob sie vom Sitzen steif geworden wären. Mein Herz schlug schneller. Sie hießen Pablito und mich aufstehen. Die Dämmerung ist der Spalt zwischen den Welten, sagte Don Juan. Sie ist die Pforte zum Unbekannten. Mit einer ausholenden Handbewegung wies er auf die Mesa, auf der wir standen. Dies ist die Schwelle vor jener Pforte. Dann deutete er zum nördlichen Abbruch der Mesa. Dort ist die Pforte. Dahinter ist ein Abgrund und jenseits dieses Abgrunds ist das Unbekannte. Dann wandten Don Juan und Don Gennaro sich an Pablito und sagten ihm Lebewohl. Pablitos Augen waren weit geöffnet und starr. Tränen liefen ihm über die Wangen. Ich hörte Don Gennaros Stimme mir Lebewohl sagen, aber Don Juans Stimme hörte ich nicht. Don Juan und Don Gennaro traten auf Pablito zu und flüsterten ihm kurz in die Ohren. Dann kamen sie zu mir, aber noch bevor sie etwas flüsterten, hatte ich schon jenes eigenartige Gefühl, gespalten zu sein. Jetzt werden wir wie Staub auf der Straße sein, sagte Don Gennaro. Vielleicht fliegen wir euch wieder mal ins Auge eines Tages. Don Juan und Don Gennaro traten zurück und schienen mit der Dunkelheit zu verschmelzen. Pablito hielt mich am Arm und wir sagten einander Lebewohl. Dann ließ ein seltsamer Zwang, eine Kraft, mich zum nördlichen Rand der Mesa rennen. Ich spürte seinen Arm, der mich hielt, bis wir sprangen und dann war ich allein.